der norwegische stachelbuckel norbert der meine tür offen gelassen vom hotelzimmer und dann sind die bösewichte reingekommen und haben mich bestellen ich hab da immer noch ich hatte immer noch ganz viele von da mache ich die halt neue ganz einfach ihr tut es klar das kannst du dich dabei kannst du ich da mal verpiesel ja ich hatte aber was anderes vor dagegen und dann springen ja natürlich ihr kannst doch jetzt machen du verlierst käse bälle fliegen das sind fliegen so und die fliege raus doch das gibt es doch nicht da ich bin auf dem falschen loch ja natürlich das schon wieder den weg da hoch ja komm das war so klar das ist mein leben nein jedoch daran gut gott sei wir haben dich alle lieb also ich habe drei schläge gebraucht das will keiner wissen aus böse das ist nicht dein ernst das denn hier da ist doch das ding davor ich bin dran vorbei denn das ist verarschung ich stelle weiter springen aus jetzt habe ich das genau so habe ich gemacht und dann schön an die band heran und mit genug schwung ins loch dann kommt schwung in die kiste aber ganz gewaltig dickes b um mein herr spree ok da kann man nicht abkürzen sommer tust du gut doch im winter tut es weh in mama berlin macht stein und benzin berühr mich nicht habe ich nicht gut noch ein hier sollte etwas gegen eure koordinationsprobleme tun entweder mit einem gleichen loch oder alle woanders verstehe ich jetzt nicht doch gerade du müsstest das verstehen doch du bist meister darin in fremde löcher zu gehen auf der letzten map da gab es ganz enge löcher die waren gemein da habe ich nie richtig rein geschafft wirklich das war zu weit man muss ja auch mal gekommen und mich an die schreien würden ja oder wurde ich gemütet also ich habe also ich hatte ich nur von oben schreien hören schon drin ja ja in 1 und 2 schlägen hoppel 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 da kommt es auch scheiße über gedreht von so einem block was willst du machen wie so ein klemmbau stein der da nicht ich bin letztes wo muss ich hin ja das sehe ich mir auch gerade ich bin auf der falschen mappe auf der falschen mappe so knapp am löchel vorbei das wenigstens mal schön groß da finde ich sogar rein boah ey bin ich am ölen ich nicht sagt die die im keller sitzt ja geil ne alter aber nur weil ich gesprungen bin ey sonst hätte ich richtig Pech gehabt dafür habe ich dich gut hingelegt du konntest direkt jetzt rüber ey hingelegt habe ich mich selber weggezogen bin sonst wäre ich in das loch rein drin ich auch scheiße scheiße alles gut 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 ja nein bleib oh gott ja ich auch in drei knapp ja da ist das eng schon wieder und ich kann mich raus mit fest sehen das ist eigentlich nicht wahr sie hat einfach nur glück der noch mehr glück er sagt gar nichts doch das wird nichts weiß man noch nicht weiß man lochlich lochlich nein das kann nicht wahr sein da oben in der luft einfach ins loch rein und ich fliege raus aus der mappe sowas aber auch mensch ich fress meine unterhose nein 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 das ist nicht ihr ernst ne du musst tatsächlich direkt reinkommen ich bin wieder oben ich bin ja gut da kannst du ja nicht viel das war wirklich glück der ganze nicht viel auf einfluss nehmen das ist ja geil und weil ich so dicht dran vorbei bin habe ich es geschafft geile das ist ja klar in die falsche richtung ja ja mensch jürgen du schon ist überall gesehen was ist das für eine scheiße da ist ja wasser drin ich habe es geschafft hat er noch über eine minute ich glaube das wird nichts bei dir da muss man irgendwas machen na ja wahrscheinlich also ich bin das gewusst habe ich mich gewaschen rasiert wenn er so weiter macht dann habt ihr gleich raus wir machen ja gar nichts wir springen ja von alleine und bei dem glück von frisches weg ist die zeit um bevor er drin ist ah popcorn äh ah popcorn was wir haben kein popcorn eigentlich und wenn er nicht gestorben ist dann springt er noch heute was habt ihr so gemacht ich esse popcorn hä wir haben kein popcorn ja da steht ähm ähm chips frisch drauf die currywurst chips also frische schafft es nicht die hals ey das ist so mies ne Er hat das Spiel kaputt gemacht. Er hat so viel Zeit, wie er möchte. Hat auch nicht jeder. Ich kann auch nicht R oder F drücken. Ich kann gar nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht R, ich kann nicht F drücken. Gar nichts. Kann ich springen? Springen gar nicht. Guck mal. Ja. Gibbi. Das Einzige, was ich machen kann, ist die komplette Map restarten. Ah, jetzt. Ja, weil ich raus bin. Ach so. So, wollen wir eine neue Map machen oder ist jetzt Ende? Dann bin ich raus jetzt. Zumindest du mal mitmachen. Ist das egal. Eine können wir noch machen. So, okay, warte. Nein, nicht Restart. Oh, Gott. Aber wie komme ich jetzt in das Map-Dingens rein? Warte. Was war denn das für eine Scheiß-Map, ey? Gleich rauslöschen. Na, eigentlich war sie gut. Da hat man ja gesehen mit dem Bug da. Wenn sie nicht spielbar ist, ist sie nicht gut. Na ja, wir sind doch reingekommen. Ja, aber wenn sie nicht spielbar ist, ist sie nicht gut. Wenn nicht alle reinkommen können. Und die Zeit nicht abläuft. Bugs können immer mal vorkommen. In jedem Spiel. Mein Popcorn ist gleich alle. Ja gut, dass wir kein Popcorn besitzen. Kannst du mal kurz zur Tanke gehen und was holen? Oh, hier. Kannst du auch selber machen. Nee, ich konnte fahren, aber... Du siehst du. Geht doch schneller. Na nü. Ist nur teuer. Äh, warte mal. Ja? Ja, warte. Wir haben gerade mal was gucken, dass ich wieder die gleiche Map ausgewählt habe. Ja gut, das ist sinnvoll. Ja, ne? Komischer Horst heute. Wäre zwar, glaube ich, nicht die gleiche gewesen, aber ich will trotzdem die anderen. Ja, ich muss da auf jeden Fall nichts downloaden, eben. Und sonst mache ich es einfach noch mal. Hi, fanatics, jointes Server. Oh. Ich glaube, die Map hängt. Ihr seid, was die... Nee, ist nicht die gleiche. Ich glaube, die Map hängt. Also, ich habe noch nicht geschlagen. Zum einen, weil ich dich nicht reinkicken wollte. Und weil ich auf mich warte. Aber Kaya sagt nichts mehr. Das sieht gut aus. Doch, doch. Ich habe doch gerechnet. Jetzt haben wir gesagt. Pfeifisch. Pfeifisch. Springen. Ja. Hat dafür nicht gereicht. Hä, das war wegen der Katze, glaube ich. So. Wann haben die eine Katze? Äh, die Katze am Rant. Ach so. Kaya? Ja. Tust du auch noch was, oder? Ja. Und mal lieber den Kaya, Mama. Das war eine schlechte Idee, Kaya. Du mal lieber den Kaya, Mama. Komm mal ein Kaya trinken zusammen. Ich muss mal ein Kaya zusammen trinken. Wir haben noch gar kein Kaya mehr. So, ja, stimmt. Gibt es ja wirklich, was kostet. Oh, darf man ja nicht sagen hier, ne? Ich dachte, du darfst es nur nicht. Nur keine Werbung für machen. Kaya. Die Werbung möchte ich doch nicht für. Ich meine doch, die Werbung für Kaya. Echt mal. Ne, würde ich auch nicht. Ja, komm, 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 komm. Ja. Gerne. Hätte ja ohne dich geschafft. Weißt du, du versuchst, mir nicht machst, ne? Hätte ja ohne dich geschafft. Ich wollte das ja nicht mehr machen. Unglaublich. Wieso, ich dachte, das wäre ein Zufall gewesen. Nö. Ich mache das Partie absichtlich nicht. Aber nicht, weil ich nicht gewinnen lassen will, sondern weil ich Angst habe, mich auszukicken. Das ist... Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Es kann nämlich auch schief gehen. Das weißt du am besten. Oh, Tim hat mir geschrieben. Tim mit dem. Oh, komm schon, das war gemein. Ja, komm, was soll ich denn sagen? Ja. Oh. Oh, komm, komm, komm. Oh nein. Ist das das sechste Loch? Ja. Ah ja, sehr gut. Nein, ich bin aus dem Loch gehüpft. Ich bin wieder raus. Da muss man mit einem Ball komplett drüber oder was? Nö. Ah. Okay, okay, verstehe. Also, du darfst in der Luft keine Pause machen, aber... Okay, sonst fressen dich die Vögel. Ne, 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 ne. Ne Kajalake wollen Vögel glaube ich nicht fressen. Oder? Na? Nein. 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 Ohohohohohoho. Sehr schön. Ja, sah gut aus. Ja. und fliege ich hoch und wieder raus gerade so ja 19 20 mädels das wird spannend sein ein ein bleiben ja ausgekullert auf einer falschen mappe warst du auf deutschland matte oder auf bio schnauze herrlich sammer diese einfachen dinge an er sie nicht für dich gemacht glaube ich wirklich nicht ich dachte gerade er kann man eine hole in one machen naja ja ein bisschen weniger schon vielleicht ja ich jetzt glaube ich geschafft aber ich bin auf jedem land anderen gelandet ja sehr schön kann ich ja nichts für ich würde da rein hüpfen uiuiui was ist das denn die einfachsten sind immer die schwersten das hätte so schön werden können die weide schon drin ich ja so eine rhetorische fahrer ich wollte keine einfach drauf noch bis jetzt weiter naja eine runde will ich jetzt aber auch mal verlieren so auch 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 klar Ja, 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 ja. Synnebom. Ja, ja. Das war zu viel des Guten. Viel zu viel. Oh nein. Drei Schläge? Ja. Ich gehe auch. Du auch? Ich gehe auch, doch. Alter. Ihr beide seid aber knapp dabei zusammen, ey. Ja. Da hinten, okay. Na ja. Ja, wir sind alle zwei Punkte auseinander, ne? Kann das sein? Ja. Ganz da hinten muss man hin. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Nein. Das hätte so schön werden können. Hätte. Mutter. Ja, Hätte. Mutter. Butter. Kräuter. Butter. Stimmt, die könntest du, ah ne, die ist ja schon auf die Baguette auf. Vergiss es. Ja. Ich wollte gerade sagen, oh, die könntest du mir ja schön aufs Baguette machen. Die lecker Kräuter Butter. Ich bin Pech. Ja. Na. Nein. Ich war schon drin. Ach. Kann nicht wahr sein, ey. Weißt du, mit dem zweiten Schlag bin ich drin, dann den dritten kannst du gar nicht mehr verfehlen, ich flieg raus. Nein. Wie kann man so viel Pech haben? Wie war das mit den einfachen Löchern? Wie kann man so viel Frisches haben, ey? Toll. Alter Mann. Oh, super, das dürfen wir dir wieder raten. Hier, ey. Okay, das war falsch. Nein, das kommt wieder in das gleiche rein. Ja, das war auch falsch. Nein, nicht wieder! War auch falsch. bei daria sieht es gut aus im hätte denn das eine loch da reinge muss ja richtig denn das genau ich bin noch zweiter geworden ich habe letztes jetzt oder was ich hätte zwar jetzt gesagt auch machen wir nur eine das ist gut denn man hier mache ich was glaube ich nicht noch nicht einmal letzter heute schon und erst einmal erster ich war zwar schon ein paar mal gewonnen ja aber ich war nicht einmal erst ich war zweimal erste auf die feinheiten konzern einmal erste kann ich ja nicht gewesen das sieht interessant aus bei mir hängt es jetzt geht es weiter bei mir hängt es ja bei dir hängt einiges manchmal bei mir tom hanks kommt schnapp sie die hier lieb deinen traum ja komm schon hat er ernsthaft gepustet nein ich hatte ich habe schon gehabt denn zu schnappatmung und er war gut alles gut schon gut passt eigentlich müsste einer von uns deren rot dabei sein wir haben uns alle drei schläge gebunden oder wir haben uns alle drei schläge gebunden kaya und ich kaya und ich habe jetzt auch nichts negatives zu das ist wie frisch ist er im ernst oh wieder nicht auch gerade aber gerade man so diesmal brauche ich einen mehr als euch als ihr ja gut ja bin ja trotzdem noch erstes ja noch kaya schon wieder stumm nee ich überlege was ich überlege was das könnte ein bisschen länger dauern weil ich glaube noch auf winterzeit dachte auf antik auch antike zeit oh ich brauche wieder einen mehr als idaria gleichstand jetzt bei uns das wird nichts alles klar da ist ein punkt hinterher scheißen dreck scheißen dreck ach von ras al ghul ist das wieder der ist cool nein vor allem statt sich für das pärchen zu freuen wir gewinnen doch eh beide quasi wir sind doch eine einheit wenn du gewinnst gewinne ich und wenn ich gewinne gewinnst du natürlich und wer freut sich jetzt nicht kaya wieder kaya ist an einem schuld ich hab doch gar nichts gesagt siehst du dann weißt du warum das alles so läuft wie es läuft oh kondor ich weiß warum alles so läuft wie es läuft genau bitte berührt mich nicht berührt mich nicht oh kaios kaios ob du's kaios ob du pussies kaios kaya lakos kaios kaya lakos kaios kaya lakos kaios 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 kai Alter, Gleichstand. Standgleich. Standgleich, ja. Ah ja, ich seh schon. Okay. Was war das denn? Das hab ich ja noch nie erlebt. Ihr solltet nicht zu doll. Ja, ich hab's gemerkt. Ach, da ist ein Donut. Der ist ja gemein. Okay, ich hab zwar nichts mehr gesehen, aber irgendwie bin ich im Mücken. Ja. Eine Leiter. Sag mal, wie so ein kleines Kind, also ich war das Freud. Ja, nicht so, nicht so doll. Das war ganz locker. Da kann man sehr, sehr, sehr lang raushüpfen. Ich bin drin, das ist ja toll. Das ist ja toll. Nein! Okay. Eigentlich sieht der Pancake ja aus wie so ein Vogelnest. Nein! Doch! Ist nicht mein Ernst, ich bin so bescheuert, bin ich. Nein! Und sie kriegt's natürlich hin, ne? Ah! 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 So, Dele! Oh, Fah! Nein, wo bin ich? Oh, Fah! Ja, ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich... Ah! Nein! Nein! Setz einen zurück! Bitte! Ja! Und schon mit! Teilweise! Teilweise, ja! Oh, nein! Oh, nein! Von Dingens, Ras Al Ghul, der macht das gut! Nas Ghul! Nein! Der nicht! Die nicht! Der Hexenkönig von Ankma! Ja! Ja, Ras Al Ghul auch nicht, das ist nämlich der Böse, wie das Batman! Eww! Oh, echt? Ja! Und theoretisch auch mal auch seinen Mentor! Jo! Liam Neeson mal wieder! Ich... Ja, einer... Ich finde, einer mit der besten Schauspieler! Ist so! Er ist einfach so facettenreich, das ist... Unknown Identity fand ich am geilsten mit ihm, muss ich sagen! Den Film verstehe ich bis heute nicht! Oh, der ist geil! Du hast ihn mir zwar erklärt, aber ich habe ihn bis heute nicht! Ja, es war klar, dass ich natürlich... Er ist halt ein Geheimagent... In Berlin! Mhm! Okay! Und er spielt seine Identität da mit einer Frau und so weiter! Aber das ist nur so seine Identität nach draußen, nicht seine wirkliche! Und dann baut er einen Taxi-Unfall und glaubt, seine falsche Identität wäre seine richtige! Okay! Ist denn strange, aber geil! Das... Verdum! Wo... Wo muss man hier hin? Ich habe keine Ahnung! Ich habe keine Ahnung! Ah! Okay! Ich weiß es nicht! Ich auch nicht! An den Seiten auf jeden Fall! Irgendwie an den Seiten vorbei! Nicht in die Mitte, wenn ihr an der Kanone seid, sondern an den Seiten entlang! Ja! Da, wo die Pfeile so ein bisschen hinzeigen! Also nicht auf die Pfeile drauf, sondern neben die Pfeile quasi! Nicht so weit! Lebe deinen Traum! Schon in das... Schon in das blaue Kästchen rein, Kaya! Ah! Da, an den Seiten! Ja! Hat sich sowieso alles erledigt! Nein! Oben an den Seiten! Da, wo die Pfeile sind! Da! Da muss man hin! Oh! Du bist schon drin! Ja, ich habe einfach geschossen! Ich habe gar nicht geguckt! Genau da! Ja, da bin ich auch gelandet! Ich auch! Ja, genau da! Und jetzt musst du da ins Loch rein! Na, schauen wir mal! Schauen wir mal! So, ich bin ein Tor hinter Aydaria! Ist aber auch alles eng heute! Und Kaya hat geübt! Da kannst du mir sagen, was du willst! Ja! Eigentlich voll nicht, weil ich das Spiel nicht alleine spiele! Aber gut! Nein! Nein! Ach auf! Ich mach doch gar nichts! Boah! Mach zuerst! So soll ich! Was denn? Ach so! Ja! Ich zuerst! Oder willst du zuerst? Nö! 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 Ah! Da bin ich ja wieder! Hä? Nö! 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 Jetzt macht man einmal mal nicht mit Schmackes! Und baut eine Kacke da! Oh! Gleichstand! Steigglant! Steigglant! Nö! 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 Teigglant wieder! Ja! Steigglant, weil ich einen verkackt habe gerade! Oh Mutti! Was denn?! Was? das entscheidende loch ich verstehe man sollte vielleicht nicht unbedingt einsprachen stehen bleiben und eine nein 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 bitte nicht doch nicht so ich habe gewonnen ich habe gewonnen das zweite mal bist du schon drin voll natürlich das gemein doch du könntest der letzte werden ich habe immer noch 66 geschafft kann ja nicht eine sache doch stimmt wir waren gut ja wir waren super und kaja so voll geist oder was eigentlich war jetzt bei data geplant weil wir so lange so dbd dbd ja alles klar war mal wieder sehr nett zu wohnen hat spaß gemacht hat spaß gemacht oh mein gott ich werde jetzt dringend meine worte da war nicht sehr nice war wieder richtig richtig toll kaja ich mag dich sehr gerne du bist ja ja ich mag dich auch geile geiler typ und eidaria du bist die beste ich wünsche euch noch einen schönen abend dir auch danke auf wiedersehen tschüss goodbye tschau zuschauer tschau Auflacht übermachen. Ciao. 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 Ciao.